so ich habe mich von der dummein meines freundes meines sogenannten freundes natürlich nicht aufhalten lassen und im mh habt ihr könnt euch ja denken wie ja ich im mh graugummi im automaten aufgeknackt und im mh konnte jetzt im mh erst mal im mh nach der tanken aber wisst ihr was mir gerade passiert ist also es ist wirklich unglaublich im mh könnt so ich war wahrscheinlich schon denken mein hut ist mir gestohlen worden ja es ist also ich habe ihn halt kurz beim tanken ich habe ihn wirklich nur für ein paar sekunden auf die mh abgelegt ja weil er mir sonst bei mir beim bücken im mh runtergefallen wäre und genau dann habe ich wieder im mh hochgeguckt und der hut war weg ja mich ja mich egon olsen hat man frech dreist und auch wirklich das wisst ihr ich ich bin ja selber die kriminell aber meine kuhs die haben wenigstens größe ja also ich habe da einen plan im kopf wirklich manchmal monatelang sitze ich daran ja hier da da im mh guckt gerade im mh einer blöd weil 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 im mh in der ampel stehe und mit mit mir selbst spreche wirklich dieses pack diese mittelmäßigen